ja die hoh leute und herzlich willkommen zu der nächsten Runde Minecraft P4Pedia folge für die folge nach Weihnachten ja ich bin natürlich froh dass wir jetzt alle das Weihnachtsfest überstanden haben hoff ich mal wenn nicht dann tut es mir leid aber ich hab's gut überstanden denke ich mal ich nehme es ja alles am Vorrat auf aber ich denke mal dass ich es gut überstanden habe ähm ihr habt von uns ja allen wenn es gepasst hat und funktioniert hat die Win- äh Glücks hier einfach ein Gruß bekommen jeder von uns hat ja wenn es alles geklappt hat wirklich nur Videoklamas ich glaube dass es geklappt hat ähm ja jetzt spielen wir hier Dragons auf dem Hypixel auf die u.mypix.com das ich hypixel und das ist ganz einfach wir sind auf einer Map und wir sind die ganze Zeit vorne und Drachen also der Map zerstört die Drache und wir müssen jetzt der Drache zerstört die Map und wir müssen auf dieser Map bleiben genau so sagt es so jetzt machen wir noch kurz die Kopfhörer richtig an ah die so gefällt das nicht so da kommen die Drachen jetzt seht ihr gleich die zerstellen ja alle die ganze Map können die so hoch boosten lassen das ist natürlich auch falsch aber sterben sollte man nicht nur ins Wasser nehmen wenn wir das eigentlich ganz easy das ist richtig fies hier das ist richtig fies hier das ist richtig fies das ist richtig fies das ist richtig fies vielleicht schaffen wir es ja mal unter die Top 3 der jetzt sind schon 2 boah boah kacklicker Junge Junge immer noch 2 tot das ist nur der wird trauert für sie ich will nicht hier ganz unten leiden das gefällt mir nicht so gut wo sind die alle uiiii okay jetzt sind schon 4 tot also das wird natürlich klein und die sind mehr Leute die gehen natürlich noch drauf ok 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 jetzt ist es ein bisschen nervig jetzt das Spiel au 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 wieder hoch 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 ich bin dann könnte ich gehe da hin wo der wird der kam oder eine jägige komm hier na drachen drache ja drachen wir stehen nochmal hin zu den teppichen nein nein ich bin da schade schade unter den Top 6 wir waren der sechste ok ich war der Top 3 Okay, das schaffen wir ja in der nächsten Runde und den Endwachen kann man ja gar nicht passen, ich glaube doch. Aber anders lässt er einfach den Boden auf dich, weil das Ding... Ach, dass die nochmal wegfliegen, genau. Ähm, der fehlt Schaden, der muss ja eigentlich nur auf dem Doppel schieben bleiben. So, die haben wir geschafft. Brauche für ihn. Die zwei sind die letzte. Hey, Alive. 3. 2. Da oben. Boah, der ist jetzt weg. Kann ich raus mehr. Überschwemmt. Komplett. Und der letzte ist jetzt natürlich auch, was er gefallen hat. Als letztes noch so eigentlich keine 10 Sekunden mehr zum Lieben, weil alle Drachen einfach auf die Schlingen. So. Der überlebt das natürlich, weil er nicht der letzte ist und ich dann in Gottmund war sozusagen. So. Ähm, wie gesagt, die Folge nach Weihnachten blablabla. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt was erzählt hab, ich bin total... ...dureinander gerade. Schreibt mir, wie gesagt, einfach mal in... oder hoffentlich gesagt schon in die Kommentare, was ihr geschenkt bekommen habt. Und so weiter. Ja, das ist die letzte Folge, die ich im Voraus aufnehmen muss. Und dann bin ich auch wieder daheim, aber ich nehme trotzdem eine Folge weiterhin auch auf. Einfach, damit alles fertig ist. So wie es sein muss. So. Ich weiß jetzt mal, dass ich einen schönen Screenshot für Stuntney, oder ich hoffe, dass ich einen schönen Screenshot mache. Und ich glaube, wo die Drachen kommen. Da kommen die Drachen. Ich glaube, ich muss hier so einen Screenshot machen. So. So. Das geht aber noch schön, oder? Wir gehen mal hier auf so eine hohe Position. Wir sind live in Vorbereitung für eine schöne Folge am Arbeiten. So. Das war doch ein Schild. Puffing, oder? Das weiß ich mir aber auch. Boah, die machen wir aber gerade. Das ist mir sehr gut kaputt, gell? das ist mir einfach kaputt. Ich kann das nicht drauf, das scheint nicht. Boah, das ist lecker. Drachen zwei, gleich, genau. Kennt ihr den, ne? Ich habe ihn einmal angerufen, ich bin von der Schule aus. Ähm. Das ist eigentlich so, als als Mutterkinder filmen, ne? So, warte. Ich bin der da, ne, Hüte. Hey. Hier, hallo! Oh, das ist ja süßig. Hier kommt man ganz schnell. Holla, da wollte ich grad hingehen, ey. Wie viel Mensch. Boah, Junge, wie krass. Komm, 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 komm. Ich will's schaffen. Haltet immer, die nehmen mal an die Axt bereit, wenn die dann einmal runterfallen. Haltet richtig an. Pöko. Was geht mit dem? Oh, der dreht mal richtig am Rad, ey. Komm, ich schaff mir das unter den Top 3. Top 5 ist mein Ziel. Aber Top 3 echt kaum messen. So. Neue Position, sichere Position. Sichere Position. Sieben? Ach, geh weg bitte. Das ist nicht gut für alle. Die sind überall, die sind überall. Überall, überall, überall. Überall, überall. Die sind überall. Überall, 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 überall. Oh Gott. Das ist zwar ein Nervenkitzel, wie wir sich längst spielen. Das ist echt der Wahnsinn. Top 4. Komm, klar. 3. Bitte 3. Ja, 3. Da hinten sind welche runtergefallen. Das hab ich gesehen. Die weg. 3. Ja, passt. In die Top 3 haben wir es nicht geschafft. Das war mein folgend Ziel. 2. Oh Gott, ey. Wenn ich jetzt noch gewinne. Was grad nicht danach aussieht. Nein. Naja, 2. 2. Das reicht doch wirklich. Ja. 1. Platz. Parfait. Naja. Wie gesagt. Ich hoffe ihr hattet euch hier eine Weihnachten. Weihnachtszeit mit eurer Family. Oder es ist ja der 2. Weihnachtszeit glaube ich. Ja der 2. Weihnachtszeit ist es. Ähm. Ja. Ich mach's mal hin. Ich mach's mal hin. Ich mach's mal hin. Genau. Danke fürs Zuschauen. Ciao.